War Paulus Trinitarier? Schauen wir doch mal in einen von seinen vielen Grußworten rein. 1. Korinther 1, Vers 3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das klingt nicht besonders trinitarisch. Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus. Gottes Segen dir.